Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute finden wir unseren Text in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Was ist Glaube? Glaube ist eine Zuversicht an das, was man hofft. Glaube ist Nichtzweifeln an dem, was man glaubt, was Gott versprochen hat. Ja, und dass es Gott gibt, wir lesen weiter in dem gleichen Kapitel, in Vers 6, da steht es folgendes, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei, und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Man muss glauben, dass es Gott gibt. Es ist so wichtig, dass er nicht nur in irgendwo gibt, aber dass er heute noch in unserem Leben dabei ist. Er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich auch dabei. Glauben, dass es Gott gibt. Glauben, dass Gott heute Sünden vergibt. Glauben, dass er heute noch gesund macht. Glauben, dass er sich in unserem Leben beteiligt. Auch wenn ihr eine Arbeitsschreibung müsst und betet, Herr, hilf mir, diese Arbeit zu machen, dann wisst ihr, er wird helfen und beistehen, weil wir ihn gebeten haben. Oder weil er ihn gebeten hat. Wir wissen auch, der blinde Bartholomäus, wie er so saß und da hat er gehört, Jesus geht vorbei, hat gehört, er kann heilen. Und dann schreit er und sagt, Jesus, er barme dich meiner. Ich bin blind. Er hat geglaubt. Jesus kommt zu ihm und macht ihn gesund. Aber die anderen haben es gar nicht, wieso schreit er, wieso macht er da Unruhe? Aber er glaubte, Jesus wird ihn gesund machen. Oder wisst ihr, wie es Thomas passiert ist, wo Jesus auch verstanden ist? Dann sind die anderen Jünger, die ihn gesehen haben, schon Jesus, wie er auch verstanden ist, kamen und haben allen erzählt, Jesus ist auch verstanden. Thomas sagt, nein, das ist irgendwie unmöglich. Er war doch tot. Und dann sagt er, bevor ich meine Hände in seine Wunder nicht lege, werde ich es nicht glauben. Jesus kam nach ein paar Tagen zu allen Jüngern. Thomas war da. Er wusste ja nicht, dass er es gehört hat. Weil Jesus hört ja alles, was wir sagen, was wir denken. Und Jesus sagt, Thomas, komm, leg deine Hände in meine Wunden, also deine Finger in meine Wunden rein. Thomas ist erschrocken. Der hat jetzt glaubt. Der hat es gesehen. Der sagt, mein Gott und mein Herr. Und Jesus sagt, du glaubst, weil du siehst. Aber selig sind die, die nicht sehen und durchglauben. Also diesen Glauben zu haben, ist so wichtig. Dazu muss man jeden Tag in der Bibel lesen. Dazu muss man bei Gott fragen und bitten ihn. Und wenn er uns hilft, dann ist es so eine Stärkung. Dann weiß man, er hat mir geholfen. Bei den meisten Leuten, wo ich gefragt habe, weißt du, dass du dich bekehrt hast? Weißt du, dass du Gottes Kind bist? Und sie sagt, ja, ich weiß es. Ja, von wo weißt du? Das hat Gott mir so offenbar. Irgendwie der Heilige Geist hat es mir klargemacht. Ich habe es gelesen, ich habe gehört, ich habe einfach den Herrn erlebt in meinem Leben. Das ist so wichtig. Aber weil man es glaubt. Wenn man glaubt, dann ist man auch sicher, dass der Herr hilft. Und wo ich noch ein Kind war, und da hat meine Mama mir gesagt, bete für mich. Ich habe da auf meinem Knie so eine Verhärtung, so eine Beule, die schon hart war. Und sie konnte dann auch schlecht laufen. Und dann sagt sie, leg deine Hände drauf und bete. Und so habe ich gebetet dann auch für meine Mama. Und das Interessante, ich habe gebetet und wahrscheinlich sofort auch irgendwie vergessen, dass ich gebeten habe. Aber am nächsten Abend kam die Mama von der Arbeit und sagte, Gott hat mich geheilt. Ich habe keine Beule mehr auf meinem Knie. Wo ich morgens auf den Berg gegangen bin und da auf einmal habe ich gespürt, es geht leicht, habe ich gespürt, berührt und da war keine Beule. Das war so etwas Besonderes für mich auch, für die Stärkung von Glauben. Weil ich habe gebeten und habe das dann auch irgendwie vergessen, sogar noch mal und noch mal zu beten dafür. Ich habe es Gott einmal gesagt zu jemandem, den Eltern. Er sagt, wenn ihr mal einen Computer braucht oder ein Handy, er sagt, ich brauche eins. Das heißt nicht, dass sie vielleicht morgen schon kaufen werden, aber ihr habt es, sie haben es gehört. Und mit der Möglichkeit werden sie es dir auch geben. So ist auch bei Gott. Nicht zweifeln. In Jesaja sagt noch, der Prophet zu uns, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil in seinen Wunden hat er die ganzen Schmerzen der Welt getragen und die Sünden der Welt. Und durch diese Wunden sind wir heil geworden. Das heißt, wir glauben, durch ihn sind wir gesund geworden. Und das ist so wichtig zu glauben. Wettet und glaubt es. Je mehr ihr so Erfahrungen sammeln, dass der Herr hat hier geholfen, hier hat er gesund gemacht, hier hat er in der Arbeit geholfen, hier war er einfach dabei. Und so werdet ihr auch glauben und nicht zweifeln. Und wisst, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Und in Johannes 15 heißt es, wenn wir aber nicht glauben, dann machen wir ihn zum Lügner. Er wird wohl Gott an uns wohlgefallen haben, wenn wir ihn als Lügner machen und ihm nicht glauben. Nein, wir glauben. Und wir wollen weiterhin beten. Und auch wenn jemand schwach ist im Glauben, sag ich, ich bete für dich. Ich werde dir helfen, dass du auch stark wirst im Glauben. Das ist so schön. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Und bitte euch, glaubt und ermutigt auch eure Mitmenschen zu glauben an Jesus. Noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Ich wünsche euch. Tschüss. 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 Tschüss.